Jo Leute, Atomic Smash ist weg am Start und ja, bevor das Video auch mal losgeht, wollte ich nochmal gleich sagen, in dem Video gibt es sehr wenig Commentary. Hab mir einfach gedacht, weil erstens war es dabei zu laut und zweitens hätte es auch nicht so viel gepasst, also aber eher hauptsächlich wegen der Lautstärke, weil ihr mich dann sonst nicht verstanden hättet, was ich sage. Und ja, ein paar Stellen sind mit Musik hinterlegt, ein paar nicht und ich würde mal sagen, starten wir mal mit dem Video. Jo Leute, Atomic Smash ist weg am Start und herzlich willkommen zum nächsten Part vom 100 Abonnenten Special. Und ja, heute mache ich so ein Follow Me Around Video und ja, ich hole jetzt gleich einen Kollegen ab und dann gehen wir auch schon los zum Bus und wir sehen uns dann danach. Oh, 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 oh So eine Kugel, dann machst du dir an deinem Armband etwas metallisches, ein Armband. Und dann ist es so ein Braining, es fängt an zu brennen, aber richtig. Wach, 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 wach! Nein, ich bin jetzt gut. Hahaha! Hör mal! Hör mal! Oh! Ah, die fixer. 20 Meter! Ja, ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei, ich habe mich. Ich habe einen fixer. Oh! 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 ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Warum bremst du das? Mach's her, du gehst ein. Mach's her, du gehst ein. Da wo unten drunter liegst du. Mach's her, du gehst ein. Schöch, 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 Schöch. Scheiße! Fuck! Oh! Scheiße! Die gar fünfst du nicht? Nein, das ist kein Problem. Bei mir ist das fest. Ja, bei mir ist das auch fest. Ich meine, Donnie hat es drunter gemacht. Du hast fast Fotos gemacht. Scheiße! Ich wickel in Hose! Okay, soll ich es machen? Ich bin mit dem Handy, Alter. Das Ding wicke ich weg. Die Gästen los. Hallo, schau drauf. Oh, shit, Alter! Oh, shit, Alter! Ah! Ah! Oh! Ah! three Run! Shah! Oh! Oh! Ned! Endlich! Arnh! Wow! Oh, ich glaube, ich habe die Briege verschluckt. Alles auf Video. Oh, ich glaube, ich habe die Briege verschluckt. Ja, das ist ein Geländer. Scheiße, darfst du es nicht sehen? Ja, aber ich muss die anderen High-Five geben. Ich muss halt schneiden, weil ich werde es nächstes runter machen, dass du es nicht sieht. Gehen wir jetzt rückwärts oder rückwärts? Ja, das ist rückwärts. Ja, das ist rückwärts. Ja, das ist rückwärts. Aber runter gehen wir vorwärts. Ja. Doch, ganz easy, Jungs. Also, fang auf, wenn ich sage. Ja. Ja. Ja, das ist rückwärts. Ja, das ist rückwärts. Oh, shit. Come on. Come on. Come on. Hi. Okay. What's up? Eels. Come on. So, Leute. Ich bin jetzt auch wieder daheim. Ihr habt ja gesehen, wir haben ein bisschen Party Marti hier im Europa-Park gemacht. Und ja, das wäre jetzt das zweite Video vom 100-Abonnenten-Special. Einfach ein Follow-Me-Around und... Ja, das ist jetzt halt statt der Room-Tour, weil es ein bisschen weniger kompliziert sein wird und sowas. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, wäre es nicht, wenn ihr einen Daumen hoch zurücklassen würdet. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten einen wunderschönen Tag. Wie immer, kommentiert, bewertet das Video. Ansonsten... ...verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song, like 2004, so sing along when you can. ... 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